so ist die live stream wird gestartet wir sind man er dann geht es jetzt mal los muss ich jetzt mal hier muss ich jetzt mal hier noch mal als musik auch noch eine handy haltung das geht ja gar nicht mein kaffee ist auch schon wieder alle so blutlinien ach du scheiße ich habe ja keine jäger mehr das ist gar nicht so gut ja ich bin soweit du anscheinend nicht die video wird zwei ganz allein im wilden westen nicht nur wir zwei ist die viands alleine kämpfen um das nackte überleben du kämpfst für geld das dunkel hast du eine schule karten romano bayer romano nacht man sieht jetzt gar nicht so viel weißt du wirst auch ich habe die jalousie um das jetzt gerade gar nicht so gut also ich glaube das wird eine sehr kurze runde ich hab das so so willst ja lieber wieder du möchtest ja lieber wieder leise sein machen wir mit dem davon ich habe keine stumpe waffe die hat eine klinge dran also schon mal weiter hier ist noch einer ich habe keine auswahl der ist auf der seite du kannst aber wenn du willst zum beispiel mit der medica aufzuschlagen ach echt jetzt ja nur mit der faust doch der ist hier links im lecke machen wir die machen wir ja ja ich habe so gehört hast du der wollte hier richtung ist sicher dass wir den nicht getriggert haben bin ich mir halt nicht sicher ach komm wir gehen rein jetzt stürmen wir die burg ich mach mal das licht an warum warum nicht hier geht es rein warte ich will das licht an machen in der schmal nach wo hier schutz na n n n n n Einmal hier oben Einmal hier oben Einmal in Brutung stoppen Hier oben Park oben Kommt gerade Über uns noch Ach hier gehts auch runter Ja moin Die Location eigentlich Die wir haben Gehen wir jetzt langsam mal Ich bin direkt hinter dir, Stevie Ja, aber wenn du mir jedes Mal Vorm Lauf läufst, dann kann ich schießen Hinter dir ist Feuer, versuch Das kam von ihm gerade Hört kurz nach Hört kurz nach Wird das Armory nachholt Ja, aber ich würde sagen, wir fallen jetzt komplett drin Ich mache den Zug Und wir fallen über den Ja, von links glaube Lack, lack Au Au Du brennst Was ist hier drüben? Wo ist er? Oben? Oder Ja Kein Schott noch Er kommt runter, ich kapp ihn Ich kapp ihn, ich kapp ihn Schön Oh Oh Er hat in seiner Okay, er hat ihm nochmal zugeschlagen Ähm Wo war denn Draußen Wenn du raus gehst Um Ecke Guck erstmal hier drinnen Lieber Hier oben ist ein Sunnypack Und hier oben war auch die Tür offen Ich bin gehalten Hier oben war die Tür offen Ja Ja, durch den Generator hört man jetzt natürlich relativ wenig, ne? Was? Ja, ja Ich finde der Generator ist ganz schön laut Geh doch raus und mach ihn aus Nö Die Tür war auf jeden Fall offen gewesen hier Soll ich dir mal Stacheldraut vorpacken? Nein Ich hab ihn bei Ich hab ihn bei Ich hab ihn bei Schön, dass wir alles hören, war? fuerte Du musst rührern Wir können den Generator auch ausmachen Mach mal Ich trau mich nicht alleine raus Ich renne die waren aber weit weit weg da ist eine giftbombe ja also wir sind nicht mehr allein läuft draußen kannst du stachel dran ja habe ich du das geworfen ja ja soll ich unten an der tür stachel dran hauen die gefolge ist ja ewig hier rechts am fenster ich habe mir erschrocken ich mache meine jalousie runter Wo spielen die denn alle mit Schrot? Was ist das? Meine Güte, ey. Das war jetzt gar nicht so gut. Alte Scheiße. Kann doch nicht sein, dass die alle mit Schrot spielen. Warum denn nicht? Hast du doch gesehen? Wo ist denn da ist das Problem? Nervt. Wieso? Weil ich keine war ja. Nimm doch halt einfach eine. Nee. Wieso nicht? Mir können auch Armbrust spielen, wenn du willst. Kann ich noch nicht. Wie hast du noch nicht die Kleine? Na, nur die Giftarmbrust. Achso. Nee, die normale. Machst du gar nicht so gut, sag ich mal. Was. 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 Ein nur noch Weiber hier, ey. Ist doch zum Brechen. Sehr gut, ich habe jetzt eine mit Fächern. Echt jetzt? Ja. Finde ich jetzt ja gar nicht so gut. Es gibt ja neue Legendary Hunters hier, oder? Was? Es gibt neue Legendäre Hunter hier. Echt? Ja. Ich habe dir auch die Einladung übrigens rausgeschickt, ne? Dies kannst du denn annehmen und dann können wir gemeinsam in die nächste Runde starten, ne? Was hat denn jetzt eigentlich von der Waffe hier mit der? Ach, ne Windfield. Und mein Officer mit Schlagringen, das ist auch gar nicht so schlecht. Nicht lustiger. Aber wo war denn die gewesen? Ich habe die nicht gesehen, ne? Ich habe die echt nicht gesehen, Digga. Die ist gar nicht mal so gut, glaube ich. Ja. Du warst, äh, sehr, ja. Schnell tot. Ja. One shoot. Ja. Die ist gar nicht so gut, aber es ist gar nicht so gut. Oh, nur ein Boss. Du weißt, was das heißt. Nee. Farmen, 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 farmen. War das Maul jucken oder was? Hä? Oder was? Ja. Ja, genau. Kriegst du auf die Fresse, alter. Jetzt stürmen wir die Burg. Stevie, es ist mir echt eine mega Ehre, mit dir hier in diesem wunderbaren, wunderschönen Wetter, in diesem wunderschönen Wald spazieren zu laufen. Ich finde das so romantisch. Äh, der Dicke wurde mitfingert. Ja. Wo ist er denn? Oder rennt er einfach nur so? Der rennt. Der rennt gerade zu. Der rennt mittlerweile. Nee, der rennt. Ja. Der ist nicht alleine. Oder rennt er mittlerweile auch manchmal einfach nur so. Ich glaube, der ist so gerannt, weil hier kann gar keiner so schnell gewesen sein. Ich glaube, der ist so gerannt. Ein bisschen komisch. Machst du die Hive, oder? Äh, ich habe leider nichts zum Werfen oder so. Also ich kann schießen. Dann, äh, es tut mir leid. Da unten ist ein Feuermensch. Komm her! Bam! Komm her! Bam! Ah! Ja, genau, ist klar. Ah. Den letzten machst du wieder. Was ist der ewig da? Na, hallo. So. Stevie und ich, wir retten die ganze Welt. Oh, wo kommt der der? Der war immer vor mir hier. Ja. Der war einfach vor mir. Der war instantatiker. Einfach so. Ja. willig sein? Wenn du, nee, vasum? wie will das schön steve ich dir schon immer mal sagen wird jetzt wo wir beide so alleine sind ja was ist denn los mit dir bist du heute nicht gut drauf kommen wir machen den dicken jetzt was die die blutige er hat mich er hat mich dieser bastard warum ist hier so schnell das sei das auch unnormal auf jeden fall wissen die jetzt dass wir hier sind wer bist du dann komm mal her ich glaube 3er teams hast du nicht an ja was habe ich gar nicht? 3er teams ja ich glaube ja kommst du? ja richtung 45 ich bin gleich da ich suche noch Sunnypack ja warst du dich? ja was ist das? was denn? da hat ein kleines Mädchen gesungen ja geil wa? hast du wieder irgendwas angemacht? NEIN ah 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 Baby Baby ich seh dich ich seh dich der Standard bam bam badam wasser Teufel zwei sagen wir sprinten einfach gemeinsam rüber tschüss ich kann die auch anzünden mhm ich hab so ein Liquid dabei ja ne ist klar wisst du ich renne jetzt durch währenddessen die angezündet sind und die beißen mich ist klar das ist einfach nicht mein Tag heute das ist einfach nicht mein Tag heute was was ah außerhalb na alle weit woher ist er denn? ah ok Richtung hunderte fünfe was weiss hm 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 sind die kleinen Momente im Leben die mich so verdammt glücklich machen Stevie sehr gerne mit die Kraft ja machst du die Hive? mach die Hive mach die Hive nein noch ne Hive das ist gar nicht so gut ich hab keine Ausdauer ich hab keine Ausdauer hast du noch was? ja Lärm wir machen kein Lärm das Ding ist halt man kann ich spiel gerne mit Lärm ne aber wir sind jetzt nicht die krassesten Aimer als dass wir das so ne was ist jetzt eigentlich los mit dir? seit wann kritisierst du dich so stark? also ich find du spielst fantastisch du musst jetzt sagen ja ich schon na was du noch mehr? ich auch nicht links ist ne Hive wo sind die ganzen Spieler eigentlich? kaufen die hier schon wieder so mega passiv rum oder was? wir haben wieder ein paar ja ich hab die Camper in der Runde naja bei bei im Boss ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch dass der zu sein wird ja so jetzt müssen wir langsam vorsichtig sein ja ja das hat jetzt die sache die könnten wir schon längst die klar sind hier schon welche digger ich würde dir sagen wir schleichen uns nach vorne ähm hast du das gehört? ja hinter uns wartet ja hm hm mh 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 mhm mh 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 ich habe jetzt die dicken steps links links ich sehe so richtung 60 einer bis jetzt nur der sitzt im wald verschwunden 75 der schlechter irgendwo rum doch der hat sich hingehockt den nichts mehr laufen stevie ich habe angst ja klar der wird dasselbe denken wie wir da einer ist drin wieder beim badschirm woher ist weil er gerade gerannt ist da der rennt gerade dann ist jemand drinnen hinter uns wurde getriggert 30 und feuertyp wurde getriggert ja da laufen so 30 45 am waggon hinten war noch relativ weit weg laufend richtung 60 ja das klasse hört ja da wurde einer getötet wenig mehr da brauchen wir schroten hat die der hertha promero oder was an sein ich weiß nicht wenn ich alle gleich an die frage aller fragen ist welche also wer von dem wurde getötet der dätschen die dame also davor der ist der quasi den du von jetzt erst gesehen hast der war in ordnung eine frau ja der lebt da wurde gerade eine frau getötet und der andere den ich jetzt zuletzt gesehen habe das war ein kerl also vielleicht ist die frau vom ersten mal getötet worden oder wer anders soll ich morgen der leucht fackel werfen das ist das war ja oben auf dem hier da ist noch einer ja auf der rechten seite ne kerl steppst da oben heil mich kurz hat er dich getroffen ja dann heil ich mich eben headshot weisset nicht bleib in der hecke und äh retz mich oh pass auf ja der schießt blind war ja weiß nicht von wo die kommt von 45 die schüsse ja das ist natürlich gar nicht so gut soll ich mal ablenken willst du mal ein bisschen zeit haben dicker ich glaube der hat gegen meinen baum geschossen er schießt von 75 von bayern oder so ne gsehn 15 hab mir erwischt der andere der dich getötet hat ja der kämpft da das ne der war drei meter der war kloß alter das überall welche gewesen ja ja wir hatten echt wieder eine scheiß posi ja oh man ey maaaann maaaann das kann doch nicht sein achja das ist immer scheiße mhm mhm 640 mein partner hat die gruppe verlassen mein partner hat was und du hast die gruppe verlassen stand bei mir ne musst du doch jedem mal nur einen an halt wissen sie die meinung hatte ich vorher nie warte mal erstmal es gibt wohl ein dlc für hand ich brauch mir das jetzt was ist ein dlc dlc was nicht so ein ähm hä wie erklärt man das äh dlc halt zusatzinhalte die man kaufen kann aber kriegst du zum beispiel diese zwei neuen hunter skins ja die sehen richtig geil aus die wollte ich mir jetzt ja muss ich das spiel neu starten und so mhm ok der knochen doktor der knochen doktor den willst du haben ja ja oder die ohne dann spiel meine mönche dann spiel gerne wir haben einen mönch aber richtig geil warum leuchtet denn so schlecht warum das so schlecht läuft ist das gerade dein ernst ja das läuft doch nicht schlecht man wir haben einfach nur nichts gerissen naja was ist denn los mit dir wir kennen jetzt gerade den unterschied nicht lamp mit eben nein es so das ist nicht aber Um, du, 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 du. was kriegst du jetzt mit diesen zusatz inhalten steve was da wird es nicht mit dem rennen oder verstehe ich voll verständnis für wb was hast du jetzt für sonder inhalte mit deinem dlc na die neuen die skins ja und was noch ein männ ich glaube nicht Ach so. Ah. Haha. Sehr cool. Sehr cool. Wie viele Credits hast du denn jetzt? Fünf tausend. Ich hab nur 5700. Doch. Hahaha. 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 So. Oh ein Messer. Blutschwur. So. Du meinst du bist fertig? Ich hab angenommen, aber irgendwie... Das wird nichts. Irgendwann ist Trunkenberg. Wurde direkt den Einladenden abgebaut. Kann nicht annehmen nochmal. Jetzt bin ich drin. Haha. Alter, wie du aussiehst. Komplette Gegenteil von mir, Junge. Na los, lass uns mal mit Gottes Segen. Jawohl. Und irgendwas, was du bist, äh... Mal hier jetzt gewinnen. Geil. Der Knochen Doktor. Der Knochen, der Witch Doktor. Jawohl. Ach, du suchst grad noch, äh... Nee, okay. Nee, 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 nee. So, du hast also ne Schrot bei. Ja, okay. Ja, woran siehst du das an, lieber? Guck mal, da ist so ne Lupe. Und dann... Ach, als da, ja. Unter deinem Spieler. Sehr schön. Und den Skill kann man jetzt immer wieder auswählen, oder? Ja. Muss man den neu kaufen? Ja. Mhm. Was meinst du, da brauch ich noch mal so wenig Geld hab? Also nicht, nicht kaufen im Sinne von diesen extra Marken, sondern man muss den Champion immer wieder mit Ingame-Credits kaufen. Und auch immer wieder ausstatten. Oh. Ja. Dann lass mal jetzt bitte ein bisschen... Behutsam spielen. Ja, gerne. Und du kannst den übrigens auch nie eintauschen, ne? Gegen EP. Nö, ach so. Ach so. Geht auch nicht. Okay. Hatte schon mal ein Level 39er Reverend und äh... Wollten eigentlich in Sicherheit bringen, aber geht nicht. Doch, du. Ja. Genau. So. Wie sieht's aus? Ehrlich? Du siehst aus wie... Einer Außen, weil... Oh, wir haben direkt einen Hinweis. Direkt von links könnten sie kommen. Ach, du bist doch wieder, ja? Alles klar. Ja, ja. Genau hier. In Gottes Namen werden wir unsere Gegner bestrafen! Also von links oder von rechts können sie kommen. Du siehst schon so ein bisschen aus wie so'n... Geil, wa? Wie so'n Busch. Ja. Du bist ja eins mit deiner Umgebung. Ich meine, den muss ich mit Messer oder so'n ... dern die Beine schlafen. weiter sechs schläge hast du gehört die schritte hier drinnen laut ja wo ist denn der nächste hinweis entweder 45 oder ich würde sagen wir gehen 45 näher dran ich glaube wir sind hier alleine im hohen kommt noch in da ist ein hund mehrere hunde ja immer wieder sagen wir töten hast du die rahme ja die sind aber nicht hochgeflogen ich habe rahme heute aus richtung 45 ja ja die sind aber nur nicht hochgeflogen die machen auch so geräusche wenn sie wenn sie quatschen ja kannst du rabisch ne ne aber du siehst schon so ein bisschen aus wie so ein busch mensch ja also ich will jetzt davon ausgehen dass du das kannst ja ja das ja das das ja jaja 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 den muss ich töten aber nur mit dem Ist das gut, Möller? Möller Okay Gibt es jemanden? Alter! War ich das? Wirken nicht. Vergnügen. Das ist meine Dauer. Willst du den töten? So, wo haben wir denn den nächsten? Äh, 345? Oder 345? Na komm, gehen wir 345. Wieder so ruhig, ey. Fällt mir nicht. Aber manchmal sind die Rahmen echt verpackt, wa? Ich meine, wir waren wirklich weit weg? Ja. Den müssen wir jetzt auf die Füße hauen, oder was? Ja. Oh, ist nicht weit weg. Die Schüsse. Von Null. Der hat ja keine Füße mehr. Ja. Aua! Hey, äh... Die sind nicht weit weg. Können wir gleich in die Richtung. Unser Hinweis kommt auch in der Richtung. Halten wir uns. Oh, das ist ein Spark. Das ist... auch gar nicht... so weit weg. Mhm. Können wir hier rüber? Ja, hier können wir durch. Dahin ist es links in dem kleinen... äh... Wer hat denn die Hunde jetzt getriggert? Das ist ne gute Frage. Keine Ahnung. Das ist gar nicht so gut. Boah. Das ist gar nicht so gut. Man, wir das jetzt, oder? Da bin ich nicht sicher. Geht zu dem Hinweis, aber da steht ne HALF drin, Marc. Digga, ich bewegt mich hier grad. Kein Meter. Ja. Kommst du mit zu mir? Ich glaub das waren wir. Ich würd die HALF probieren, mit nem Messer irgendwie zu holen. Ich glaub die machen den Boss oder so. Hat den denn alles? Hä? Oh, wir haben jetzt nen Batscher hinweis. Kacke. Komm lass mal dazu gehen. 345. Ja, die sind auf jeden Fall bei 0 auf dem gehöpft da. Irgendwie am... falten. Schau, Mr. Skeletor. Sag an. Alter. Na, ist ja richtig Party. Wirst du das? Ja. Sag mal noch weiter weg. Batscher. Oh, direkt bei uns. Hm. Hm. Ja, willst du den Helden sichern oder wollen wir erstmal... Wer ist die Frage? Na, was ist dir jetzt am liebsten? Äh, ich hab Bock auf Stress, aber... unsere Pose ist halt wieder so schön, äh... Gut. Offen und so. Wir haben halt nur die kleine Hütte hier. Na, wollen wir angreifen oder was? Von links rum oder wie wollen wir das machen? Was, ey. Hm. Ich bin der Reverend. Gott segnet mich. Einer läuft auf dem Dach rum. Direkt bei 30 auf dem... bei dem großen Gebäude. Ist jetzt auf der anderen Dachseite. Ah, läuft noch auf unserer Dachhälfte rum. Ja. So, ich bin jetzt vorne an der großen Scheune. Der hat richtig Bock auf Stress. Ich hab... Ich glaube, der ist gut. So, ich kann jetzt da hingucken. Achso, wie kann ich nochmal mal... Ah, auf dem Dach steht da. Ich seh ihn. Warte mal. Oh, Kollege. Digga. Ich hätte... Also ich... Soll ich auf ihn schießen? Also ich hab Schussfeld, ne? Auf dem auf dem Dach? Ja. Äh... Ich seh ihn nicht mehr. Digga, ich hab hier... auf der Seite... Steps hier hört... und ne Heif, die triggert wurde... und die tötet wurde. Okay. Ja. Dann warte mal. Weiten jetzt. Ich komme zu dir vor. Gebrüche. Pass auf, da sind Hunde. Ja. Der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Der hat mich gesehen vom... vom Dach aus. Der hat gerade auf mich geämmt. Der hat mich hundertmal gesehen. Ich bin schnell weggelaufen, weil ich dachte, der... gibt mir gleich einen mit. Er ist halt... Äh... Einer hat gepusht. Neun Meter. Neun Meter. Ey, der kämpft da irgendwo. Ja, da rechts, oder? Oder ist das... Alter. Hat der... Ne, hat die Deutsche gehabt. Aber kann der da echt durch das Holz schießen? Mhm. Das ist ja echt ein bisschen geil, wa? Alter. Du hast dich ja auch wieder angestellt, jama. Wie so ein kleiner Zwerg. Lässt er sich einfach aufdecken. Du hast den dickesten Tarnanzug an, im ganzen Spiel, Alter. Warte, warte, warte. Hallo, auf dem Dach. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, auf dem Dach, wirklich. Mann, 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 Mann. Ich geh jetzt auf Long Range, ey, ganz ehrlich. Will er Geld rausgeworfen. Wie lange in der Hand da ist, wo ist er? So. Ausstatten. Der kriegt als erstes erstmal... die. So, dann brauchen wir hier... ...ne Winfield Marksman. Ja, okay. Ich geh hier. ... 95 Meter, 95 Meter. Das ist doch genau der, was ich brauch. Ah, ist ja schön. War ich's einer mit Fächern? ja wir sind richtig gut grad aber du musst auch solche ruhen nehmen steve er war halt die ganze zeit schon da bei dir die in der hütte waren und hat sich einfach gar nicht gerüttelt dieses scheiß defensives spielen bringt auch so nicht schleicht mich jetzt rein ich krieg keiner mit aber damit fahren wir noch schlechter als vorher einfach voll auf die fresse gehen wir müssen irgendwie ein bisschen an unserer positionierung arbeiten und drücken wir gehen immer von der schlechtesten seite war nur ganz schön außen sind ach ja Vielen Dank. Nacht. Endlich mal wieder unsere Map, Alter. Bei 25? Ja. Oh Mann, ey. Ist schon wieder ins Ging gekauft? Nein. Ich habe ja gewusst, dass ich jetzt hier Werwolf-Typ spielen kann, weil es ja Nacht. Ich bin jetzt wie der Schattenjimmer im schlechten Horrorfilm. Am Schlagring bei ihm. Ja, super. Nick nicht. Ich glaube, Rufmesser. Ich weiß nicht, ob er den Rasensprenger eingelassen hat, hier im Spiel. Das wird. Sag mal, wie lange dauert der jetzt hier? Ich drücke die ganze Zeit schon zum Nachladen. Ich habe da noch eine Kugel, die ich nachladen kann in den Lauf. Da hat wohl jemand kack Internet. Oder Rechner. Bei dem Dicken ist der nice. Oh Mann, die nächste Nummer ist. Äh, 135. Ich weiß nicht. Noch da live. ich bin mich gerade echt unwohl so wie die anderen zwei runden zuvor auch her ist gut oben drin sehen wir es sehen wir das wollen wir noch bezaubern sehen wir es Ja, hallo So, wo haben wir die nächsten? Ähm, 120 oder 210? Puls, weiter Das sind jetzt so zögerlich, Stevie, komm 120, ja? Ja Oder 210 Alles klar, super, Stevie Die Hunde kommen, ja, hallo Echt jetzt? Oh Gott Also, hier drei? Hinter uns Aua Ich muss mal kurz, muss mal kurz hier Okay Hunde, da drüben War ein Schüssel, oder? Oder, also zumindestens auf diese, diese Tolls-Ding, äh, Feuer-Ding Okay, ja Alter, was geht hier gerade ab? Ja, wollen wir hier raus und dann schnell hinsprinten, oder? Alter, die machen den Boss, den Batscher, glaube ich Soll ich vielleicht noch nebenbei irgendwie eine Gitarre rausholen und singen, bei dem Lärm, den wir gerade machen? Ich hoffe, dass du feuerzübergst, oder? Ja, geht hin Du, den Himmel jetzt schnell Ja, wenn man liegt, wenn man ein Backman Den Himmel jetzt Oh, der ist bei uns, der braucht wieder Assassino Let's go, wa? Sehr gut Auf gehts Gib ihn Ja Wo gehen wir rein? Du weißt schon, dass wir hier nicht alleine waren Vorhin Ich sag nur der Hundekäfig Ah, ich hab Fächern Alles klar Machst du die Tür zu? Machst du die Tür zu? Ah, ist schon Wie bei mir da Ganz nah Sprinte mal ein bisschen Wie bei mir, bei mir, Tür, Tür, Tür Oh Gott, ja, ich hab's gemerkt Hab's gesagt, wir sind nicht alleine Ja Hinter dir Der jagt dich Der jagt dich Der jagt dich immer noch Rechts Rechts waren die Steps Nicht fächern Fächern, wieso schießt du denn nicht mit Fächern, du Kacknoob Du bist so ein Kacknoob Du bist so ein Kacknoob Du bist so ein Kacknoob Alter Ich war am klick 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 Nachladen Hab ihn hier sehen, noch ihn abgedrückt Ach man Danke dir für diese tollen Runden Die waren echt gut Gut, also ich hab jetzt übrigens Ne, ich sag's lieber nicht wie viel Credits ich noch ab Steve, das war echt schön Ne, das war wirklich schön Hat Spaß gemacht In diesem Sinne, ich mach den Stream jetzt lieber aus Ja, mach mal Ja Ja